Jo, und somit wieder herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge ARK. Hallöle. Okay, bevor es jetzt losgeht, wie gesagt, Namen und so weiter haben wir noch nicht, da die Folge ja erst am Freitag erst kommt. Ja, ich muss jetzt genau nachgucken, was für einen Tag wir jetzt genau haben. Also, passt auf, wir haben Neugrückheiten vor euch. Bevor wir jetzt da loslegen, kommt mal mit raus. Gary, du kommst auch mit raus. Ja, ich mach noch ein Feuerchen. Ja, mach, mach, mach. So, ich hab jetzt was aufgeschrieben. Also, bevor ich's vergesse, wir haben zwei Mods drauf. Beide sind OP. Die eine ist aber sehr OP. Zum Beispiel, die eine Mod, die erste Mod, macht 200k Schaden bis Punkt, Punkt, Punkt. Wir wissen nicht, wo genau es hinführt. Und die andere Mod macht eine Million bis Punkt, 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 Punkt Schadene. Also, kann bis zu Milliarden gehen. So, ihr habt ja schon Leistung gesehen. Und dann, erste Variante, was wir jetzt so vorhaben. Entweder, wir knallen die OP-Mod raus. Das wäre dann eine kurze, ich sag mal, eine kurze Staffel. Oder, wir machen es so, wir kämpfen uns bis zur OP-Mod vor. Das bedeutet, ähm, dass wir jetzt mit einem Mod anfangen, dann mit der nächsten Mod beginnen. Aber auf dieser Map hier, es geht immer weiter. Wir steigern uns immer weiter, wie wir es sonst auch immer gemacht haben. Wir gehen vor mit der leichten Mod. Dann geht's immer weiter, immer weiter, immer weiter. Bis die OP-Fiecher kommen. Problem ist, greifen wir mit einem Fiech an, ein OP-Fiech. Sobald der null Schaden abkriegt, müssen wir laufen. Es ist scheißegal, was in Dinos ist. Wir müssen laufen. Ansonsten ist alles tot, was wir gezähmt haben. Also, mit was wir unterwegs sind. Okay? Okay. So, Leute. Entweder erste Variante, OP-Mod rausknallen. Kurzes Projekt. Zweite Variante. Wir kämpfen uns bis dorthin. Wird ein längeres Projekt. Okay, entscheidet. Erste Variante oder zweite Variante? Let's go. Eins oder zwei, ihr entscheidet. Genau, so ist es. Okay, gehen wir jetzt rein. Gary hat Level 39. Das bedeutet, wir konnten Terranodons-Sattels herstellen. Und das heißt wiederum, wir können unsere Terranodons, also unsere Leatherwings fliegen. Die haben, wie gesagt, auch noch keinen Namen bekommen. Deswegen, ihr könnt ja natürlich jetzt, am besten unter dieses Video entscheiden. Und ich schaue in das andere Video, wie sie heißen sollen. Okay, wir gehen jetzt erstmal raus hier. So, warte mal. Bevor wir jetzt fliegen, die Stacks. Ah ja. Ich würde sagen, ein ganz leicht bisschen Leben würde ihm nicht schadnen. Hier kriegst du sogar was zu essen. Hey, du hast ja 100 erreicht. Ja. Ach, stimmt. Was hast du denn da gerade gemacht? C. C? X. X und C. Hä? Beides geht. Hä, und was machen die da? Keine Ahnung. Okay, I don't know. Erst klick machen sie. Rechts klick machen sie auch nichts. Und links klick. Yeah. Warte mal, wie stark sind die denn? Ähm. Erstmal fliegen. So, komm her, Stego. Ey, warte mal. Den können wir töten. Die macht zwar 95 Schaden, ne? Sind zwar noch nicht so stark, weil es da natürlich Vanilla ist. Aber ihr seht ja, der Stego hat keine Chance gegen uns. Nom, 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 nom. Nice. No chance, boy. Oh, guck mal, der Tarano doch wie klein er ist. Hi, Kleiner. Na? Hast du deinen Vater gefunden, ne? Ja, wir sind das. Okay, warte mal. Fliegen. Carry. Alter, die sind übel schnell. Geil. Ja, jetzt flieg mal runter. Ja, warte, warte. Gary meinte, irgendwas haben die Spezielles. Nice. Ja, es ist so geil. Ist ja wie bei Griffin. Ja. Ho, 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 ho. Geil. Okay. Hä, aber da fehlt dieses... Weißt du, dieses... Ja. Dieses... Gibt's denn Bäsche da? Es ist so geil. Ja, gut. Ja, okay. Wir sind fast... Ich sag mal, ein Meter über ihn. Ja, ich brauch jetzt ne Pause. Okay, dann auf, auf. Hier ne Pause machen. Pass auf, links ne Kaki noch. Kaki, ja. Kommt lieber hier zu mir. Oh, oh. Gary, kannst du ihn, äh, kannst du ihn mal hier runter pfeifen? Warte mal. Kommt ihr runter? Oh, danke schön. Nein. Äh, ja. Nein. Ähm, ja. Kinder, da hinten hin. Nein. Ja, gut geklappt, Gary. Das hat sehr gut geklappt. Sehr fein. Wir haben jetzt Glück gehabt, dass jetzt kein Fein ist oder so. Ja. Ai, ai, ai. So, Kinder, wir sind wieder da. Baby. So, schnell rauf da und schnell weg hier. Ja, komm. Kommen Sie, kommen Sie in meine Arme. Oh, komm her. Hallo. Komm in meine Arme. Oh, kommt da. Wo? Hinter dir. Ah, da kommt weiße Strahl. Oh Gott, mein Staminas wird immer noch leer. Immer noch leer? Ja. Was tust du denn die ganze Zeit? Pass da drüben auf. Wir haben sie an Lightstream. Oh, Gary, zurückzug, zurückzug. Okay. Kommt die zu uns oder was? Nee, nee, nee. Alles gut. Aber er macht solche komischen Sechstrahle oder so, macht er. Und wenn du mittendrin drin bist, dann bist du tot. Ai, 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 ai. Ja, Leute, die im Lightstream haben es schon gesehen, aber dann ist der Titan. Ja, das ist er. Kriegen wir einen Strahl ab, sind wir tot. Pass auf, pass auf. Hier scheint es sehr gefährlich zu sein. Ja, da unten ist ein ganz kleiner Drache anscheinend. Oder was es ist. Okay, wir müssen. Hier müssen wir aber weg. Das ist... Ja, 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 ja. In der Stelle ist immer noch einer der... Oh, rechts. Oh, 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 oh. Kennst du ihn noch? Den Chief? Ja, 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 ja. Ich glaube, der war aggressiv, oder? Ja. Okay, dann lass uns hier auf jeden Fall weg. Heimat angegriffen. Gary! Flick, flick, flick. Mach diesen runter, Dingster. Was war das? Ein kleiner Mantico. Das ist ein Mantico. Ja, ich sehe es gerade. Oh Gott. Und unten ist noch großer. Oder weiß ich, ob das ein Griffin war? I don't know. Alter, ich habe mich jetzt kurz hingesetzt. Alter, ich habe einen Schock meines Lebens. Du wärst one-hit, wärst du. Fogel. Hallo, Fogel. Und jetzt hübsch. Warte, ich setze mich kurz ab. Er sitzt da, er sitzt da. Er kommt zu dir. Ach, guck mal. Was? Ich dachte, das wärst du. Nein. Ach, guck dir das an, wie süß. 20 Leveler da. Ganze Knicken. Dann weg. Ja, noch gesetzt ist er da. Mantico, Mantico, Mantico. Wo denn? Da, hinter dir jetzt. Ja, 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 ja. Alter. Pick mich nicht ab, Mann. Guck mal, er umwirbt dich. Ja, ja. Er umwirbt dich. Komm jetzt rüber. Wir bringen ihn rüber. In sichere Land. Ich bring ihn rüber. Ich bin schon rüber. Leute, wir brauchen noch einen. Gary ist mit ihr in Unzufrieden. Der hat zu wenig Stamina. Ich mach so, dass er schnell mitkommt. Sobald er ablässt, hol ich ihn wieder. Ey, Alter, wie schnell er ist. Der ist schnell als ich. Ich seh's. Nein. Ja, das liegt ja, weil ich so fett bin, deswegen. Alter. Gary, ich hab schon ein Viertel verloren, ne? Echt? Schnell da. Juhu. Hilfe. Ich flieg eh kurz noch mal in die Nähe von Land. Ja, ich bin gleich da. Der pickt mich tot. Der pickt meinen Vogel tot. So, komm mit, Baby. Komm, 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 Vogel. Komm, komm, komm. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Ja, 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 ja. Und er ist... Er ist drin. So, jetzt haben wir aber ein dickes Problem. Ich muss ihn bohlen. Komm, komm, komm. Wirbel, wirbel. Gary, du musst kommen. Ja, ich hab ihn gebohlert. Komm her, komm her. Schnell, 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 schnell. Mitten in den Kopf rein. Los. Komm, er muss da umgehen. Ah, nice. Warte, er schnippt fast. Warte. Am Körper, am Körper. Immer, immer sachte, immer sachte. So. Nein, Gary, du musst warten. Er wird sterben, er wird sterben. Deine Schuld, Gary. Ich mach nichts mehr. Schießt du denn noch mit dem richtigen Feind drauf? Ja. So, pass auf. Ich schieß ihn noch... Er ist ein Katschiss. Ha? Hä? Wie geil, ist das denn? Knockout. Oh, oh. Er hatte doch 162, Gary. Ein Hit an seinen Kopf und ein Hit an seinen Körper. Er wäre weg gewesen. Meiner hat Raw Mountain mit, ne? Ich hab schon reingepackt. Beide haben Raw Mountain mit. Nice. Das war sein richtiger Name. Oh, er ist fertig, Gary. 134... Ähm. Ähm. Hey, Bro, du bist trotzdem besser, ja? Gib... Schenke keine Beachtung. Es ist nicht wert. So, Gary, unter Level 18er, der kann schön hierbleiben. Gib ihm Essen rein und er bleibt hier erstmal so lange, bis wir hier ziehen. So, Kleines. Dann dir noch viel Spaß, ne? Ähm, ja. Wir hauen auf jeden Fall ab. So, Gary. Komm mit. So, dann zeig mal, wie schnell du bist. Bist du schneller als ich? Ohne C zu drücken. Na, gleich schnell, gleich schnell. Gleich schnell, ja. Wir müssen jetzt unbedingt Level 40 werden. Und warum wir Level 40 werden müssen, Leute, seht ihr in der nächsten Folge. Das werdet ihr dann ganz genau sehen. Aber ab dann geht das Bauen los. Oh yeah. So, ich wollte mir mal ganz kurz einen ganz kleinen Spaß erlauben. Einen ganz kleinen Spaß. Dahin. Dahin. Was ist es? Hoi, 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 hoi. Okay. Und was hast du da jetzt? Ist ein fetter Golem. Ein Golem. Ich hab einen Golem aufge... Ja, der hat ein Schild anscheinend. Ein Schwerter. Ich weiß nicht, was er noch an sich hat. Aber er sieht geil aus. Ich hab ihn zwar nicht ganz gesehen, aber ja, er sieht geil aus. Jo, scheint ein Wächter oder so zu sein. Holy shit. Ei, ei, ei. Okay, Leute. Der gehört auf jeden Fall zu der OP-Mod. Ein Roja. Ich hab einen Roja hier. Ein Roja, ey. Roja, I save your life. Nein, es funktioniert nicht. Oh Gott. Okay, lass weg hier. Lass weg hier. Dieser überstarken T-Rex ist hier. Da. Die Line Gang. Na, aber pass auf. One-Hit-Guy. One-Hit-Man. Saitama-Eister. Alle tot. Alle getötet. Das rechts ist noch einer. Noch einer? Ja. Okay, okay, okay. Dann lass weiter höher. Gary, form me, Löwen. Löwen? Nice. Einer kommt, einer kommt, einer kommt zu mir. Oh, guck mal, ich bin hoch. Alle sitzen hier. Alle sitzen hier. Viele? Drei Stück. Ja. Komm her. So, ich hab einen. Komm her zu mir. An welcher Stelle genau bist du hier? Ja, ich hab einfach oben. Okay, ich hab einen wieder verloren. Ich nehm den hier mit. Komm her, Baby. So, ich hab einen. Da, da, das ist ein Löwen? Da scheint eine Sie zu sein. Die hat keine Mähne. Wo ist der Typ mit seiner Mähne? Die will den Mann haben. Da, ich hab den Boss gefunden. Gary, der tölt mich. Ja, dann hol doch ab. Ich kann nicht abbauen. Ich steck fest. Ja, und ich kann nicht kommen, weil ich nicht weiß, wo du bist. Ach, Leute. Ich muss sie töten. Schade. Gary, ich sterbe. Ja, ich weiß noch nicht, wo du bist. Gary, hilf her. Ich bin weggeflogen von dir. Ich kann nicht auf Gary... Nee. Ich kann nicht auf Gary hoffen. Habt ihr das gerade gesehen? Ich hab... Oh Gott. Gary. Da bist du. Jetzt hab ich dich. Pass auf. Ich hab jetzt hier 100... Keine Ahnung, was ich gerade getötet hab. Aber ich finde den Mann nicht von denen. Hier hat eben gerade was geleuchtet. Aber ich weiß nicht, ob hier... Ich hab ihn. Ich hab ihn. Ja. Er ist weiß. Wir haben einen Albino. Ey, der hat sich angemalt. Geil. Gary, sag mir, wie viel Level hat er. Und wir nehmen ihn mit. Ich komm zu dir. Ich wollte mir grad das Leibchen nicht rauszucken. Nein. Auf X wirft man ihn ab. Du kommst nicht weg hier. Oh Gott. Der tötet fast meinen Vogel. So. Ich komm zu... Ah, nicht zu mir. Warte, wie viel Level hat er? Irgendwie sowas in den Dreh. 130. Okay, pass auf. Wo kann man ihn jetzt sehen? Wo kann man ihn sehen? Ich überlege gerade. So, pass auf. Hier jetzt irgendwo. Hier können wir... Ich glaub, da... Genau da am besten, wo du hingepackt hast. Genau, 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 genau. So, da pack ich meinen jetzt auch hin. Zack. So, pass auf. Käfer sitzt hier. Die müssen wir jetzt ganz kurz töten. Und dann let's go. Da geht's ab zum Zähmen. Und noch weg home. So, pass auf. Ich mach passiv. Löwe. Hier sitzt er. Hier unten. Okay. Ich schieß meiner Marsch. Du schieß deiner Marsch. Okay. Er hat mich nicht... Stimmt, Bolan. Ja, warte mal. Dann können wir doch runtergehen. Ach, ich geh nicht runter. Hier, guck mal. Hier ist ne Trä... Hier, guck mal. Och, die ist beide hübsch. Die ist beide hübsch. Deine sieht aber gefährlicher aus als meine. Meine sieht aus, als ob er sich geschminkt hätte. Und deine sieht aus, als ob er... Ob sie der Mann wäre. Ich schieße schon die ganze Zeit auf meine. Sünde. Ja, ich muss meinen hinten am Arsch treffen. Du schießt echt schnell, ne? Ja. Du musst ganz sachte, ganz sachte machen. Guck mal, die hängen beide... Ai, ai, ai. Ich sag's, dass sie kaum... Gehen die fast down? Löwe, her, komm. Hierher, hierher. Gehen da. Hey, hey, hey. Aus jetzt. Oh Gott, die Fuß ist hochgekommen. Oh mein Gott. Die Fuß ist hochgekommen. Den fliegenden Löwen. Gary, komm her. Bolein, Bolein. Ich schicke ihn in ihm fest. Und... Katatatata, du bist hochgekommen. Schalt. Na Löwe, ich hoffe, es hat dir geschmeckt, ne? Du warst ein Ehren voller Vogel. Gary, wie kannst du sterben? Die schicke ihn in ihm fest. Okay, ich versuche den Löwen down zu machen, ja? Ah, ich glaube, mein Löwe wird auch gleich abhauen. Oder die Biege machen. Echt? Nee, er bleibt noch hier. Oh, süß, ja. Komm her, komm her, komm her. Ja. Er ist like a boss, er ist like a boss. Er will, er ist zwar faul zum Jagen, aber er jagt trotzdem. Nice. Ich treffe ihn nicht. So, warte mal. Noch mal Bolan. So, Kollege, du gehörst mir. Ich habe Angst runterzugehen. Gary, der geht nicht down. Na gut. Er hat's auf die jetzt. Doch, warte mal. Er läuft, er läuft die ganze Zeit weg. Oh yeah, Baby. Nein. Gary, er ist böse. Er ist böse. Hä, hä, hä. Hä, hä. Bola. No. Ich bin gerade auf den langen Gang hier. Ach, Gary kann... Ach, scheiße, Mann. Ach, Mann, wenn die Bola... Gary, ich hab meinen. Komm her, Baby. Komm her, komm her. Komm her, 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 komm. Wenn die Bola bloß funktionieren würde. Er ist halt von der Prometheus-Mod. Und er kennt ja die Mod. Das ist, ähm... Die Bola war ein bisschen belastend. Sagen wir es mal so. Kannst du den Löwen hochheben? Hebe ihn mal hoch. So, komm her, hier mit ihm. So, dreh dich ein bisschen. Seine Fresse soll genau zu mir schauen. Aber er qualmt. Das heißt, das Weibchen muss auch hier irgendwie sein. Da musst du aufpassen. Ja! Ha, 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 ha! Gut. Du bist viel. Und das Weibchen ist... Aber das Weibchen ist wirklich hier runtergesprungen. Ich hab's gesehen. Romaten, bitte. Romaten. So, Löwe. Und du? Du hast uns. Ja, Gary. Es funktioniert. Nice. Hä, er ist gezähmt? Jetzt schon. Ja? Ja, gut. Hi, Tigger. Äh, Löwe. Ja, meiner ist geschminkt, Gary. Der ist in den Schminkkoffer reingefallen. Däh. Ja. Er schafft jetzt. Löwe. Deine Frau holen wir auch, okay? Du bist bestimmt Männchen. Ja, ist er auch, Gary? Jetzt fehlt aber nur noch das Weibchen. Gary, hier ist sie doch. Wo denn? Hier, 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 einmal die erste Treppe runter. Hier bei so einem Baum. Ich komm mir vor wie ein Dschungelbuch. Hier unten, hier unten war sie. Also war sie das doch und ich hab vorhin gedacht, das wär einfach nur ein Gali, der da feststeckt. Nee, 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 sie war hier. So, hast du Platz zum Landen? So, komm weiter runter, komm weiter runter. So, stehen geblieben, stehen geblieben. Ah! Böse Katz. Ey, böse, 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 böse. Alles gut. Pass auf, sei nicht zu lange. Sie sieht echt brutal aus. Also im Gegensatz zu dem Mann. Hey! Ich werde Shira heißen. Wie? Shira. Shira? Shira, ja. Wie soll ich meinen? König der Löwen. Hieß sie nicht, Shira? Weiß ich nicht. Gary, ich, ich, warte. Pfeile, bitte. Ach so, ja, pass auf, dass sie dich nicht hüttet, ne? 20 Pfeile, circa. So, ich hab die Hälfte von mir reingepackt. Nice, arigato. So, Kleine. Alles gut, alles gut. Beruhig dich, beruhig dich. Der Mann ist auch schon bei uns. Keine Sorge, der ist da vorne. Der wartet auf dich. Ja! Jetzt könnt ihr bald Liebe machen. Ich hol kurz den Rest, ja. Ja, ja. Och, super. Sünde. Ja, ist ja gut. Ist ja gut, Kleines. Ist ja gut. Guck mal, wie deine ausschaut, ne? Pass auf, ich hol mal kurz einen Mann her. Ja, ja, Kleine. Ja, ja. So, Mann, komm her, hey, ja. Schau's dir an. Das ist meiner. Ja, okay, der ist echt in den Tuschkasten gefallen, ne? Ja, oder es ist eine Kriegsbemalung. Und das ist die Frau. Also, man muss wirklich sagen, der Mann schminkt sich mehr als die Frau. Aber die Frau sieht echt aus, als ob sie trau... Ne, doch nicht, doch nicht, doch nicht. Sehen beide aber hübsch aus. Aber siehst du, das meinte ich. Die sehen halt aus wie Männchen und Weibchen halt, ne? Ja, das ist gut umgesetzt. Na, Leute. Die bringen wir erstmal zurück. Oh, nein. In unsere Höhle. In unsere ersten Höhle. Ähm... Was denn? Level 42 brauchen wir. Ich brauche noch drei Level. 42? Ja. Ja, das geht doch. Naja, was wir in der nächsten Folge machen, denke ich mal, ist auch ein bisschen umziehen. Ich denke auch erst in der einen Höhle. Naja, auf jeden Fall war es das erstmal wieder von der erfolgreichen Folge von ARK. Wenn es euch natürlich gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall Kommi und Like da. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020